Die Zuschauer, die schon lange dabei sind, werden sich jetzt freuen. Ich habe endlich wieder eine Airtrack. Ich habe in den letzten Monaten leider fast gar nicht getouren. Deswegen habe ich heute mal alles nochmal ausprobiert. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber auf jeden Fall habe ich richtig, richtig viel geschafft und ich bin so stolz auf mich. Ich habe das Gefühl, ich kann das einfach nicht verlieren. Wenn ihr noch mehr TikToks mit meiner Airtrack sehen wollt, dann kommentiert es auf jeden Fall. Also ich hätte auf jeden Fall wieder richtig Lust, mehr zu touren. Deswegen genau, schreibt es in die Kommentare.